We get them star call. Dein Promi ruft an. Und du sandstab. Das hätte ich jetzt auch nicht sagen können, deswegen mal direkt in die Community. Wen haben wir denn da? Hallo? Hör auf, achso, das ist der Bürgermeister. Ich bin Schlager-Fox-Sänger, recht bekannt. Und jetzt auch bei Schwiegertochter gesucht im Moment dabei. Warte mal, Schwiegertochter gesucht, alles klar. Das geht gerade böse ab. Und daher kenne ich den Bürgermeister. Aber musiktechnisch, was hast du da gemacht? Wenn der Mond scheint, das ist recht bekannt. Das ist natürlich nicht bei eurem Sender, läuft das natürlich jetzt nicht, ne? Okay, alles klar.